ein herz erfrischendes moin moin und willkommen zurück was heißt zurück kein zurück und dann willkommen zu der stanley parable ja einem projekt das sich schon sehr sehr lange angehen wollte eigentlich schon seitdem das spiel rausgekommen ist ich aber irgendwie nie dazu gekommen bin ich muss zugeben ich finde es ein bisschen schade dass ich sehr sehr viele let's play dazu gesehen habe sehr sehr viele ich glaube vier oder fünf verschiedene varianten ich versuche einigermaßen ich versuche einigermaßen neutral ranzugehen so vollkommen so brain afk nicht cool hier mit mit dem monitor die so monito exception ja ich versuche einigermaßen waldschrat hier halber waldschrat ich versuche also einigermaßen neutral ranzugehen quasi blind zu spielen und ja ich blick einfach mal los würde ich sagen die end is never the end is never the end is never the end find ich gut klick to skip this is the story of a man named stanley stanley work for a company in a big building where he was employee number four two seven employee number four two seven job was simple he sat at his desk in room four two seven and he pushed buttons on the keyboard orders came to him through a monitor on his desk telling him what buttons to push how long to push them and in what order this is what employee four two seven did every day of every month of every year and although others might have considered its soul ending stanley relished every moment that the orders came in as though he had been made exactly for this job and stanley was happy and then one day something very peculiar happened something that would forever change stanley something he would never quite forget he had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow no one had showed up to give him instructions call a meeting or even say hi never in all his years at the company had this happened this complete isolation something was very clearly wrong shocked frozen solid stanley found himself unable to move for the longest time but as he came to his wits and regained his senses he got up from his desk and stepped out of his office yeah mouse ok spring can I not ok 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 Nein, die U geht falsch. Ich kann selbst nicht mal so unbedingt sagen, was es für eine Art Spiel ist. Und mein Problem ist, ich habe nie verstanden, was eine Parabel ist. Mathematisch schon. Das ist f von x ist gleich x hoch 2. Aber ich meine so als literarische Stilmittel. Ich weiß, es ist ein literarisches Stilmittel, aber ich weiß, Ich habe nie verstanden, was genau das sein soll. Irgendwas auch in Bezug auf wie in Mathe, aber... Ja, und... Ja. Das macht uns so einfach. Ich weiß nicht, ob sie dann die Geschichte haben. Geh... Ich weiß, keine Chance. Ich weiß, sie sind komplett gut. Ich weiß, woran wir sind. Die Bahn sind in Bezug auf dem Kreuzbeiz. Ich weiß. so an sich ist alles noch recht normal ich finde die grafik hier richtig hammer obwohl das spiel wie alt ist so und das ist das erste mal dass man bemerkt könnte das vielleicht eine art befehl sein und hier kann man zum ersten mal nach entscheidung es ist eine entscheidung die man treffen kann weil der erzähler sagte er ging die linke tür und ehrlich gesagt ich bin so einer und ich bin so einer der wenn im spiel gesagt wird geh nach links dann gehe ich nach links ohne zu überlegen könnte ich jetzt auch rechts gehen andererseits wenn ich die freiheit habe nach rechts zu gehen ich meine ich weiß es ist es ist quasi eine art multiversum dann je nachdem wie man sich entscheidet verläuft das spiel dann anders ich bin aber so einer wenn ich die möglichkeit habe zu erkunden dann erkunde ich dementsprechend denke ich mir okay ich soll nach links gehen also gehe ich nach rechts so so Ja, wirklich ein Raum, den man anzunehmen sollte. Es hat wirklich den Detour gegeben, nur um ein paar Minuten hier in diesem immakulaten, schön konstruierten Raum zu spenden. Stanley stand einfach hier, trinkt es alles in. Ähm, ich wechsel mal, äh, auf, aufm, aufm, aufm Pad, weil ich glaube, das können... Ich denke, dass das Spiel dann ein bisschen sauberer läuft, also, ähm, nicht so... Nicht so abrupt so, wenn ich... Obwohl, das geht eigentlich, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. So, jetzt wieder der Gedanke, ich will erkunden. Stanley war so schlecht an folgenden Direktionen, es ist unglaublich, er war fünf Jahre vor. Ich denke, ich werde noch eine zweite Version dann spielen. Nämlich wo ich eins zu eins perfekt haargenau, ähm, die Befehle verfolgen werde. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize, investing in your trust in someone else can be difficult, aber die Wahrheit ist, dass die Geschichte über nichts, aber... Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Hast du nichts für die anderen? Hast du so überzeugt, dass ich etwas schlechtes passieren kann? Warum? Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugt, aber ich wirklich möchte dir helfen. Ich zeige dir etwas schönes. Schau, lass mich das tun. Lass mich das tun. Lass mich das tun, dass ich auf dein Seite bin. Gib mir eine Chance. Ähm, falls ihr Interesse daran habt, dass ich das Spiel mal über einen Stream spiele und quasi eure Entscheidungen nachspiele, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dazu Lust habt. Ist das eigentlich hell genug? Kann man Helligkeit einstellen? Das ist etwas anderes. Okay, hat sich erledigt. Die Wand ist hier. Die Wand ist hier. Ich bin Farben blind. Ich bin Farben blind. All right, fine. Go ahead, Stanley. You wanna know so badly, what's out there? You wanna find out, what lies at the end of this road you've chosen world. Don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skilled trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels a leap ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. More freedom. Also, I must say, open world is cool, but it's too much now, so a 2. Well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it. Perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Big steps we've made here today, Stanley. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Okay. Stanley is online. This is you. Hold the fuck. You are objectively ranked out of players worldwide. Yeah. Nice. Yeah. Let's take the right door again. No. 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 I think that's awesome. I think that's awesome.